Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Was ist das blaue Ding da? Ich glaube, das ist ein kleines Piratenschiff, wie süß. Ich glaube, es wird gejagt. So, äh, ups. Äh, wir befinden uns gerade auf dem Landeanflug. Auf einer neuen Insel, wo laut unserer Karte... Äh, anscheinend, äh, ein Assassin auftrag sein soll. Und du, lass mal meinen Kumpel in Ruhe. Was ist los mit dir? Das habe ich mir fast gedacht. Das habe ich mir fast gedacht. Da haut er ab. So. Direkt mal Anker gehen hier. Oder wie immer das auch heißt. Andock. Wie auch immer. So, das Spiel ist mir noch ein bisschen zu laut. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn das Spiel immer zu laut ist. So. Oh, hier soll sich irgendwo, äh, ein Auftrag befinden auf dieser Insel. Bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, wir meinten nicht den hier. Was ist der Szeneauftrag? Ich habe keine Ahnung. Also, jetzt machen wir den. Was ist denn los? So, neue Insel, neues Glück. Können wir mit unserem Schiff schon irgendwas anfangen? Ähm, kaufen. Nee, mir fehlt überall das Zeug. Ich habe gerade ein richtig großes Schiff gesehen. Ey, Schwede. Da hätte ich ein bisschen was rauszapfen können, aber ich dachte mir. Nee, das ist noch ein bisschen zu krass für mich. Das ist noch ein bisschen zu krass für mich. Ja gut. Die ganzen guten Sachen können wir noch nicht machen. Aber das wird noch kommen, denn ich werde jetzt zwischendurch mal wieder ein bisschen Solo spielen. Und ein paar Schiffchen platt machen und hoch. Ist ja ein Song. Na gut, der Song fliegt schon weg. Was soll's. Ja, ist ja gut, dude. Ist ja gut. Wir haben es ja nicht verstanden. Alter, was ist denn das? Voll das verwirrende Dorf. Okay, wir brauchen erstmal einen Aussichtsposten. Und da oben ist einer. Ja. Springen hast du auch nicht so gut drauf, ne? Merke ich gerade so. Ja. Kommen wir von da hinten rüber. Okay, gut. Perfekt. Ich hoffe auch wirklich, dass du alles ziehen auf Trackier ist. Ansonsten verarscht dich. Äh, meine Karte, die ich bekommen habe. Die hat mich schon einmal verarscht. Nee, hier auf dieser kleinen Insel muss ein Auftrag sein. Ich glaube, die Karte hat mir nämlich allgemein alle Aufträge gezeigt, weil er Aufträge hat. Okay. Du bist so schlau, ey. Äh, wo alle Aufträge quasi verzeichnet sind. Das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen diese Aufträge machen, die wir noch nicht hatten. So. Halleluja. Der Typ kriegt auch nichts geschissen, ne? Und er will ein Assassine werden. So. Hoffen wir mal, dass wir fündig werden. Ups. Was? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss da mitmischen. Das ist das krasse Viech, was ich gesehen habe. Oh shit. Zurück. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Oh. Oh, wenn ich den entern könnte. Oh. 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 Schnell zurück. Please. Bitte, lass mir was übrig. Alter, nicht drauf stellen. Öffnen. Endlich mal, ne? Oh Gott. Was ist da los, von was werden die angegriffen? Oh Gott, die sind ja halbtot, muss den Großen, ich brauch den Großen, was ist mit dem passiert? Das ist ja geschenkt, sehr schön, das ist ja krass, einfach das große Ding hier, einfach das große Ding, das gehört jetzt einfach mir, weil, weiß nicht, Yolo, so, hallo Mädels, so 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 Typealone Kamera Ach Testkamera Ya Du willst doch den erschießen, genau den So häufig der hinten war ein bisschen unnötig So beatечение ah 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 Na komm, du auch noch. Wie viele hier sind? Wo ist das Aufwärtsding? Will das Aufwärtsding haben? Das ist gar nicht hier. Egal, ich muss ein paar wichtige Leute anscheinend töten. Wie viele ich hier töten muss? Verliert du mit dem Dronende. Oh Gott. Konzentration, das sind viele. Okay, ich muss noch sieben Crewmitglieder töten. Dann die Flagge des Schiffs zerstören. Okay, okay. Das ist ja easy. Hört mich gar nicht erst gesehen. Nass. Oh nein, nicht du. Ach Gott. Was war das denn? Wo ich den Schaden herbekomme? Oh, den muss ich schnell töten. Das war ein Geschenk. So. Ich habe sie alle. Ich verliere Männer ohne Ende. Echt? Kann ich hier hoch? Lass mich hier in Ruhe. Ich will. Ach, ich bin nur da hoch. Ich habe sie hier in Ruhe. Oh. Hey. Tschüss. So. Ich brauche dieses Schiff in meiner Flotte. Das ist so riesig. Ich glaube, es ist ein großes hatte ich noch gar nicht. Ob ich dafür Erfolg kriege? Ähm. Ich habe es. Jetzt herrschte euch nun das Ding. Lage des Schiffs zerstören. Ich habe keine Ahnung. hab ich nicht immer meine flagge gießt egal mein schiff und das kleine holen wir uns auch gleich noch ach ist das schön das habe ich auch guckt euch das an alter schwede aber es ist nicht das was ich brauche ich brauche diese komische eisenzeug gut das kleine schiff auch noch das wäre ja pornös was ist mit euch passiert wer hat euch das angetan war das der sturm war ja ein kurzer sturm das wird ein bisschen leichter und schneller das ist nicht so gigantisch so solange ich noch gut zielen kann so dich muss ich töten ja ich hab ihn mit der kugel weggerissen er ist gar nicht explodiert nur keine munition mehr aber hilft damit schon das spart mir ein paar männer so das sind wir auch mann das wäre auch viel zu einfach gewesen verteidigen du bist dass ich dich verteidigen soll okay ich verteidige dich nicht ganz ehrlich sterbe wegen dir so viel segel wie er kann immer einen einschiff haben wir bekommen was das gerade eben war weiß ich auch nicht was ist das habt ihr das boot kraft gesehen das kam aus dem boden oder so verrückt der welt ich habe keine ahnung was heute hier los ist das sind so viele große schiffe da muss ich später bei ihnen wieder zurück auf die insel wir haben das geschafft was wir wollten meint ihr ich schaff das jetzt kommt nein ihr überfahrt mich nicht so schnell wieder so schnell wie möglich da oben ich wollte mich überfahren die schweine ich wollte ihren captain umbringen kaum zu glauben so wo könnte sich der auftrag befinden ich sehe hier nichts von auftrag wollte ich mich verarschen oder so es ist jeder so einen roten bereich da gehen wir gerne mal hin aber ansonsten glaube ich wurden wir verarscht wieso ist das hier überhaupt sperrgebiet ok das ist nicht verprügeln das ist töten das ist nicht auch das ist ja was hat mir das jetzt gemacht woher sie noch beschaffen wie ich ihn ich ja 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 Alter, woher wusste er, dass da eine Leiche ist? Er muss sie wohl selbst da platziert haben. Er ist ja einen Kilometer entfernt. Ist aber trotzdem der Assistent-Auftrag, den ich gesucht habe. Ja gut, dann machen wir halt den Auftrag da hinten. Äh? Ich verstehe nicht, was mir die Karte... Als wir das Spiel durchgespielt haben, hat uns die Karte ja gesagt, Hey, guck mal, da sind doch Quests übrig. Aber hier ist nichts. Naja, wir wollten ja sowieso auf ein Verkundungstour gehen. Von daher... Da haben wir es. Ups, das ging, glaube ich, ein bisschen zu schnell. Egal, wir müssen jemanden töten. Hoffe ich. Ah, jetzt ergibt das sogar Sinn. Na gut. Das Ziel finden. Was zum... Kannst du die Treppe benutzen wie ein normaler Mensch? Holy shit. Okay, wir sollten mal da lang gehen, wo wenige Wachen sind. Oh, das Ziel eliminieren, das geht einfach. Beide? Ich hab nur Schlafffeile, ne? Geh doch schlafen, Mann. Geh doch schlafen, Mann. Verdammt. Entkommt mir. Entkommt mir. Ja, dann gib's mir. Bleib doch stehen. Oh Gott, nein. Er fliegt aufs Schiff. Entkommt mir nicht, nein. Ja, ist klar. Ist einfach noch schneller. Ah, ich hab den Fall schon eingeschlefert. Dreck. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu früh mit dem Feuer. Bereit zu feiern. Nehm die Rahen aus dem Wind. Ich wusste nicht, dass das ein Schiff kommt, wird. Na, wenn ihr es so wollt. Bitteschön. Hab ich Mörse am Start? Ich hab Mörse am Start. Feuer! Ja! Schiff vervoll. Panone bereit. Feuer! 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 Warten auf dein Zeichen, Käpt'n. Feuer! Wir haben ein Vertreffer hier und sie bricht. Okay, das war einfach... Ups. Das hat niemand gesehen. So. Dachtest du, du kannst mir entkommen, du kleine Schlawittchen, ja? Nicht mit mir. Jetzt geh weg vom Lenkrab, das machen die schon automatisch. Das ist ein Spiel. So. Verdammt. Jetzt stirb' halt. So. Den haben wir erwischt. Gut, dann, äh, entern wir das Schiff hier also auch noch. Zack! So, diesmal ohne zu sterben. Ich hab nicht mal ne Waffe. Aha! Die Fäusten. Was soll das denn? Du wachst es, mich schlagen zu wollen. Ha! Hier! Jetzt gleich mal ne Schelle. Die Buck Spencer Schelle. So nennt man sich. Oder bin ich Terence? Ich glaub, ich bin Terence. Wie ist der Terence? Weiß ich nicht. Wuh! So, wir machen uns bis hier einfach. Au! So, wir werden uns betöten. Hm. Gut. Ja gut, jetzt haben wir ein paar Sachen bekommen, aber wir haben immer noch nicht den Assistentenauftrag bekommen, den wir gesucht haben. Also wir haben jetzt noch die Möglichkeit, die Rückseite der Insel zu durchsuchen. Weil da soll ja anscheinend auch noch einer sein. Anscheinend, man weiß es nicht. Bereit machen zur Kollision! So und zwar, auch wenn ich da ranzoombe, wird es mir gezeigt. Gut, wissen wir fürs nächste Mal Bescheid. So dann segeln wir hin und ich versuche mal noch ein paar Schiffe unterwegs zu holen. Weil es doch schon wichtig ist, dass wir so ein bisschen Rohstoffe bekommen. Auch wenn das nicht mein Lieblingshobby hier bei Assassin's Creed ist, das Schifffahren. Ich meine, es ist natürlich schon cool und so, ja, es ist was Frisches in Assassin's Creed. Es ist was, was, ja, was Neues würde ich jetzt nicht sagen, aber der Stil her ist schon recht gut, frisch. Aber ich war schon immer so, in sämtlichen Spielen bin ich eher derjenige, der gerne zu Fuß läuft. Ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, dass ich dann mehr Kontrolle über den Charakter habe. Keine Ahnung, hört sich blöd an vielleicht. Weiß es nicht, ich war schon immer so. Es hat damals bei Halo angefangen, dass ich da niemals in Fahrzeuge eingestiegen bin, obwohl Fahrzeuge taktisch sehr wichtig sind. Aber dennoch habe ich es nie getan. Ich habe es lieber mit meinen Fäusten fertig gemacht. Ich ärgere mich, dass ich bei Halo zu meiner Zeit, als ich da noch recht aktiv war, keine Videos mehr habe. Man konnte ja Clips und so weiter speichern. Allerdings sind sie nicht mehr da. Das finde ich echt ein bisschen scheiße. Ich kann abstauben. Abstauben. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich komme schon. Ich werde dich erlösen. Versprochen. Das sind mir die besten Schiffe. Wo ich nichts machen muss. Du bist so ein Riesending. Ist eigentlich schon zum Entern freigegeben. Ich gehe einfach mal rüber. Kapitän über Bord. Das Schiff ist am sinken. Oh Gott. Was ist hier was ganz Neues? Ich brauche keine Munition. Ich will nur kurz die Kisten einsacken. Und dann bin ich weg. Was ist alles hier passiert? Ja. Ganz genau. Wenn man Kisten plündern will, steigt man erstmal drauf. Um drauf zu kacken wahrscheinlich. Um sein Revier zu markieren. Viel habe ich da jetzt nicht rausbekommen. Aber gut. Komisch. Der ist ja komisch. Muss man nicht verstehen, oder? Ist das ganz normal, dass man bei Assassin's Creed einfach mal so kaputte... Ich wollte schon Flugzeuge... Äh... Schiffe findet. Oh ja. Vieren und Fahrt aufnehmen! Oh, da hinten kämpfen die Nächsten. Ja, tschüss. Aber das soll nicht unsere Sorge sein. Der kleine Furz da, der wird erstmal platt gemacht. Wenn er mir im Weg steht. Feuer! Ihre Schlafstelle ist ungeschützt! Feuer! Bereit zu schießen, Sir! Feuer! Da ist sie am schlechten, Captain! Die stehen am Tor! Ach so, bereit! Was? Ne, nicht bereit fahren. So. Auf geht's. Können wir da durch? Das ist ne Sandbank, ne? Wo kommen wir denn da rein? Wenn wir die da hinten noch ein bisschen weiter kämpfen wollen, können sie das machen. Ah, ich glaube, ich hab den Eingang gefunden. Okay, man, Sound. Na gut. Gegner, kommt auf uns zu! Kurze! Gebt den Wind nach! Was, Konflikt? Ach komm, du kleine Gurke. Ist das dein Ernst? Ja, jetzt flieht er, weißt du? Jetzt flieht er. Die kleine Gurke, ey. Reit zum Feuern, Captain! Ihre Schlafstelle ist ungeschützt! Ich stehe Ihnen am Tor zur Hölle! Ach so, ja, ist klar. Das Schiff da hinten sieht mich natürlich. Was ist das denn ernst? Da hinten wird auch gefeitet. Boah. Gebt den Wind nach rechts! Feuer! Erwarten Befehle, Captain! Geht Ihnen eine Bluttaufe! Feuer! Du Hechtengegnerfeuer! Schliegen am Tor zur Hölle! Feuer! Was ist dein Ernst, du kleiner Furz? Wir stoßen zusammen! Er sieht es doch gar nicht mehr existent. Lass mich hier in Ruhe, kleines Schiff. Wo ist das Größte da? Mit dem muss ich mich kümmern. Feuer! Ein gut platzierter Schreuer! Mischen! Zündlock verstopfen! Feuer! Na, ein guter Treffer könnte sie da heuer! Kanone bereit! Schenken Sie in den Tiefen! Was wollt ihr von mir? Haut ab! Wollen die Bisser? Ich wollte euch nie etwas tun. Ich war voll friedlich. Ich bin friedlich, wenn wir in den Tiefen gekommen sind. Bereit zum Feuern kämpfen! Und ihr macht Stress hier. Ein Schott hat's völlig zerlohnt. Die Sektion ist verloren! In die Wanden alle Segel rassen! Feuer! Und da ist sie am schlechtsten, Käpt'n! Jetzt kommt der nächste Furz und will hier Stress oder was. Niemand! Komm schon! Ich glaube, der will nichts, ne? Ja gut, der guckt zu, wie seine Freunde abkacken. Meinetwegen. So. Feuer! Schieb! Holt die Landraten ein! Ich will auf euren Inseln, lasst mich. Den Käpt'n, den werden wir wieder weg, äh, snipern. Sniper! Das ist einfach so genial. So, wir warten erstmal ganz kurz. Die sollen sich ruhig mal versammeln. Der freut sich die ganze Zeit. Da ist ein netter Haufen. Okay, wirklich viel hab ich da nicht getroffen. Trinkt jetzt, wenn ihr eure Gästen heute setzen wollt! Dann holen auf! Ach, verdammt, es war einer von meinen Mitgliedern. Ich glaub, ich tue die ganze Zeit mit der eigenen. Ich geh jetzt einfach rüber. Das lohnt sich nicht. So, das ist zu dir. Ah, so easy. So, wo bin ich? Ich lass mir die Kamera verantwortlich machen, dafür, dass ich nicht sehe. So, dann schießen wir ein bisschen. Zack, zack. Und schon ist der Sack ab. Was? Hä? Ich bin wirrend. Was da? Ein Tälzchen gefällig. So, das war's jetzt auch mit euch. Hey! So, danke dafür. Oh, ich repariere mal mein Schiff. So, danke dafür. Oh, ich repariere mal mein Schiff. So, darf ich jetzt eure scheiß Insel betreten. Ist das jetzt erlaubt? Also, jetzt geh ich hier hin. Dann wird dann dieser komische Auftrag sein. Und dann heißt es, äh, ihr besucht mal eine andere Insel. Auf geht's, auf geht's, auf geht's! So. Käpt'n in der Salzlake! Geschafft. Wir haben endlich einen unserer Assisienaufträge erreicht. Mehr wollten wir doch gar nicht. Da würde mich mal gerne interessieren, wenn wir hier jetzt rangesoomt haben. Oder er hat uns das gezeigt. Weiß ich, was er mir da zeigt, ist das hier, ne? Naja. Gut. Wir wissen jetzt, Bescheid. Cayman Sound! Sehr schön. Kleine niedliche Insel. Und, äh, ich würde sagen, wir sehen uns, äh, morgen in einer neuen Folge wieder. Und dann, in der Insel, wie wir den Assisienauftrag machen. Yeah, baby. Kleine, fette Viecher. Oh, Krabben! Oh. Ich will die Krabben bilden mich. Ach, da ist mein Kontaktmann. Bei dem sehen wir uns morgen. Haut rein! Euer Zero. Tschüss. Und falls euch die Folge gefallen hat, natürlich einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und mein Kanal würde dadurch aufblühen! Vielen Dank.